Jetzt hör endlich auf, diesen dämlichen Zucker zu bewachen. Mittlerweile leidest du schon unter Verfolgungswahn. Ach nein, wirklich? Es ist einfach nicht zu fassen. Hallo. Raus mit der Sprache. Woher hast du den Zucker für deinen Tee? Den hab ich geklaut, als sie für einen winzigen Augenblick die Augen zugemacht haben. Und ich werd's wieder tun. Auf Wiedersehen. Siehst du, Marge, da hast du's.